Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Warhammer Car aus Bane, wir suchen Rotax, oder besser gesagt, wir haben ihn eigentlich glaube ich schon gefunden. Ich sehe auch gerade, wir sind ja gestorben in der letzten Folge, da ist unsere Power ja ganz schön nachgelassen. Scheiße. Was ich euch zeigen wollte ist, nochmal ganz kurz, mittlerweile unterscheiden sich die Frisuren stärker, auch die Höschen und so. So, wenn wir hier sehen, man sieht es hier nicht auf diesem Bild leider, aber wir haben hier so ein Iro, wie diese, keine Ahnung, Hackknoten, Hackknoten Iro und dazu noch so blaue Steine im Bart. Der sieht auch cool aus, hier mit seinem Piratenblick und seinem Strohgesicht. Ja, den hatten wir, ach nee, der hat eine Mini-Axt hier noch drunten drin, sieht auch cool aus. Aber ich bleib mal bei dem, weil der einfach die besseren Werte hat. Auch hier die Hosen sehen anders aus, wir haben eine langweilige Hose, aber die hat vom Wert her einfach bessere Werte. Die sehen ganz cool aus hier, ein Golden-Schlipper oder hier so ein Knochen-Eidechsen-Leder-Schlipper. Auch nett, aber, wo war denn meine Hose? Ich nehm die einfach, weil, bringt aber maximale Gesundheit. Nee, wir nehmen den, da bleibt die Rüstung, oder die Verteidigungswert ist da eindeutig höher. Lassen wir das mal so. Ich hoffe, jetzt ist Rot-Ax mit uns bereit. Ich hätte jetzt aber trotzdem hier gern schon mal mehr Power, für eine Power-Attacke. Oh. Red-Ax is gone. Wie kann das sein? A Champion of Khorne never runs from battle. Not unless there was a chance to strike an even greater blow against his enemies. Was bist du, Elf? The death of so many powerful warriors would make a mighty offering to Khorne. Red-Ax could use their souls to summon a bloodthirster into the physical realm. Tja. A bloodthirster, you say? Sounds like some kind of demon. A greater demon. The mightiest of those that serve Khorne. A bloodthirster is savagery incarnate. If it isn't stopped, it will slaughter everything for miles. No one in Kislev will be safe. Ha! Now you're talking? How do I find Red-Ax? Oh, wir müssen ihn weitersuchen. Ich wollte ihn jetzt platt machen. Leave it to me. I can guide you there, using your Waystone. The gods go with you, braggy Axe-Piter. If Red-Ax summons the bloodthirster, you must stop it at all costs. Ja, ich halte ihn auf jeden Fall auf. Toll. Jetzt habe ich letztes Mal extra gesagt, dass wir den jetzt fertig machen und wir müssen den immer noch hinterherlaufen. Was ist denn das für ein feiger Kornkrieger? Echt? So, die anderen Schlipper hebe ich nochmal auf hier. Ich finde die... Das ist auch nochmal... Ich finde die knuffig. Star-Metall-Schlipper. Weiß aber, dass wir überhaupt nochmal brauchen. So, der Rest hat man ja schon angesehen. Der kann eigentlich weg. Ja, komm, schneller handeln und Tschüss. Danke für deine großartige Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. So, jetzt führ uns schnell dahin. Ich will die Rot-Ax endlich köpfen. Oh, das sieht schon echt korn aus. Das sieht richtig cool aus. Wie so mit den Totenschädeln. Wir wollten noch reden zum Schädelturm. Ist das jetzt der Schädelturm oder was? Ich habe in so einem Torm erwartet, der aus Schädeln gebaut wurde. Das wäre recht geil. Weekling, I should have guessed that southern witch that you caught in a web. She thought she could bend me to her will with her gifts and her hunted lies. As though I needed the help of a sorceress to win the blood gods favor and lead us of our cool whode. When Prague fell, I consecrated its streets with the blood of innocence. Als die Dämonen gesammelt haben, ich sie verabschiedet und bin in den Augen von Korn. Er hat mich mit diesem Axe gesammelt, um die Todesendung zu bringen. Ich sagte der Witch, dass wenn sie in Prag bleiben, ich würde sie aus meiner Beine schrauben. Sie hat nach der Forest des Knives, um den Champion des Slanisch zu suchen. Ihr schönen Lieben werden sie dort gut servieren. Zeit, um deinen fehlten Gott zu treffen, Red Axe. Frag' ihm, Bragi-Ax-Baiter sende dir! Rot-Axt gegen Axtfresser. Verdammt, du denkst, dass ich die Todesendung befreie? Ich eröffne ihn frei als Geschenk an Korn. Brot! Für den Brot-Gott! Surprise! Oh, holy shit! Alte Schwede! Haha! Da ist mir davon Korn lieber gewesen, da konnte ich kommen bewegen. Ja, sicher. Aha, aha, aha. Das ist ja wütend, okay. Ganz dolle wütend. Alter. Okay, jetzt könnte man ihn... Oder auch nicht. Scheiße. Boah, gegen diese Attacke kannst du nichts machen. Ich weiß nichts, wie ich den besiegen soll, gerade eben. Ah, halt in die Fresse. Wie sollen wir den fertig machen? Das hier zerstören? Ah, warte mal. Ah, ha. Ah, ha. Fuck. Okay, okay, okay. Heilen die sich? Nein, die bleiben kaputt. Das ist gut. Ich muss... Das ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut, gar nicht so gut. Gut, hier hinten überleben wir so eine Sprungattacke. Oder auch nichts. Ey, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Da unten ist noch einer. Das kriegen wir nicht. Okay, jetzt aber. Okay. So. Hier oben waren wir immer von dieser Attacke. So. Aua. Ach, das wird dauern. Oh, 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 oh. Ah, er trifft da auch genau richtig. Aufgeben nochmal. Diese Superattacke fehlt einfach. Die hätten wir gleich von Anfang an haben müssen. Na gut, hätte er mich beim ersten Mal auch gekillt, dann wäre das auch weg gewesen. Los, mach auf deine Büchse. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Whoa! Ah! Aus du ab da! Ah, ich verliere meine Blutlust. Eie, das ist nicht wahr. Fuck. Fick dich. Mann! Ja, der macht echt so Flächenattacken. Also immer wenn er sich auflädt, musst du in diesem Bereich sein. Jetzt hast du keine Chance. Ah, ich saß noch und mach's dann. Aber... Jetzt muss er weg. We need to fight. Sausack. Zieh Leine. Oh, da sind noch drei Dinger. Müssen ihn weg. Müssen ihn weg. Müssen ihn weg. Müssen ihn weg. Müssen ihn immer noch weg. Vor allem wenn es nur der Erste rücken muss, ne? Wer weiß, wenn wir den erstmal geschwächt haben, dann kommt der Zweier und Dreier auch noch dazu. Alter, hab ich voll erwischt. Alter, hab ich voll erwischt. Jetzt ist es ja quasi nur einer. Und jetzt ist es kein... Aua! Nein! Er kriegt eindeutig zu wenig Schaden. Aua! Aua! Nicht gut! Gar nicht gut! Gut! Aua! Der kannst du nicht lange aushalten bei diesem... Dämonenprinzler... Whatever. Er macht absolut keinen Spaß. Und ich hab mich schon bei diesen Nervel-Typen beschwert. Bei dem Great Onkel, der hieß. Ah, fuck du, ey. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich ihm Schaden zufügen kann. Ich hab den Blutrush verloren. 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 Schnell wieder weg. Ich mach keinen Schaden. Das ist... Weil ich's einfach nicht aushalte. Ja, das war's. Wow! Glück gehabt. Pech gehabt. Ja, ich verliere. Aua! Voll nicht lustig. Alter, das gibt es einfach nicht. Ich hab den Blutrush verloren. Nein, 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 nein. Wir haben keinen Power. Jetzt weg, 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 weg. Okay, es ist recht weg. Oh, es zerplatzt doch endlich. Geh tot, ist mir eine Wumpe. Boah, ich brauche so dermaßen mehr Heilung, ey. Aber... Wow, 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 wow. Kinder, einfach verfickte Flammen. Scheißendreck, ey. Ja gut, einmal noch, einmal noch. Ach, jetzt wird wahrscheinlich der Kampfbereich immer enger, ne? Also wir haben einen... Hier können wir uns dann nicht mehr verstecken. Wenn er da eine Explosionsattacke macht, wie wollen wir da noch überleben? Also ich... Wir versuchen es nochmal, komm. Jetzt wissen wir Bescheid, wenn wir ihn einmal irgendwie zu dolle gehauen haben, dann kommen da Flammen raus. Ja, großes Maul hast du. Blutdämon. Ah, jetzt gleich platzt er. Keine Zeit. Hab doch keine Zeit. Oh, oh. Muss ich weg. Ah, weg, 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 weg. Und... Das ist recht weg. Scheiße. Das wäre der letzte gewesen. Was auf jeden Fall immer am gut kommt, ist dieser Amboss-Stoß am Anfang. Und damit reschnet er mich nicht oder so. Gut, nächstes Mal gibt's den, nächstes Mal gibt's den. Jetzt noch nicht. Jetzt hauen wir uns gleich wieder ab. Oh, und weg. Und nochmal weg. Schön, dass die Schädel auch in seine Richtung überfliegen. Mir jetzt ist grad aufgefallen. Gut, jetzt können wir. Blut für den Blutgott und ich brauch Blut oder Energie. Aua. Komm her. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Komm her. Der ist schlau. Die sind doof. Ah, hier sind wir dann auch nicht mehr sicher. Auf der Zunge hier. Gut, das war's dann schon. Ah, war's das schon? Ich hoffe, er macht danach die Attacke nicht mehr, ey. Ah, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, fuck you. Man. Okay, einfach noch. Letzte Mal. Letzte Mal. Jetzt oder nie. Scheißboss. Ja, deine Mutter. Komm, mach die Büchse auf da. Ach, der macht da seine super Attacke. Ja, klar. Ich stehe ja am Rand, äh, so. Na, hau, da geht's. Nicht viel geschafft ist, bis wir sowieso am Leben laufen. Ah, er ist hinter mir her. Ja, er ist immun. Sack, Ratte. Jetzt nix mehr im Moodle. Sack, Gesicht. Okay, wir haben ihn einmal gehauen. Das reicht. Hau ab. Gehst du weg. Hä, was war das für ein Symbol gerade? Hä? Spiel, was machst du mit mir? Was ist los? Warum haben wir dieses Symbol? Das ist eine Strafe, weil ich mich gehalten habe, oder was? Ich seh nur die Hälfte. Was soll das? Ich find das nicht cool. Oh, oh. Das lenkt mich so ein bisschen ab, verdammte Scheiße. Ja, Blut für den Blutgott. Ich hab keine Ahnung, warum das Symbol da war. Bist du sicher? Nein. Wenn ich jetzt nochmal klicke, ist das Symbol dann weg? Ah, jetzt aber das letzte Mal. Das dritte, letzte Mal. So. Zack, ich dachte, er bleibt noch stehen. Nein. Zack. Ey. Scheiße. Ich hab zwei Dinger nur beschädigt. Mach schnell weg hier. Ein Blut für den Blutgott. Oh, immun. Ah, weg, 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 weg. Oh, hier, heil dich. Ach, immun. Scheiße, hab ich vergessen. Wenn er seine rote Suppe anhat, ist er natürlich... ...maximum power voll. Haben wir sie jetzt alle. Da ist kaputt, da unten nicht. Ein Runde mit... ... ... ... ... ... Nein, 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 jetzt. Jetzt. Oh, die war gut, die Attacke. Ich brauche nicht nur mehr Time, ich brauche mehr Leben. Ist er wieder immun? Klammer an. Oh, das glätzt noch immer aus, ist gut. Ah, endlich. Nein, 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 das ist ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz schlecht, ich brauche Heilung. Ah, da haben wir Heilung. Sackgesicht. Dreckiges Sackgesicht. Jetzt springt er ja gar nicht mehr weg, ne? Hey, aber... Alter. Los, Heilung. Oh, ne ganz schlechte Idee. Oh, nicht ins Feuer laufen. Ach, leck mich. Okay, ich brauche eine Pause. Ich hoffe beim nächsten Mal, dass wir ihn besiegen. Er ist einfach nur Hardcore. Er ist nur Hardcore. Gut, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Unterstützt mich mit einem Like. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.